Dass wir eine Menge noch zu tun haben, den Euro zu erklären und den Euro zu verbessern, weil das war ja gestern auch ein Thema, der Euro, das System ist nicht stabil, es kann sehr schnell auseinanderfliegen und da ist auch die Bundesregierung und Deutschland haben eine große Verantwortung, dass wir weggehen von unserem Blick auf den Euro, auf das Eurosystem, was uns nützt und es muss allen nützen und das ist halt auch nicht der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020